Es sind zwar noch ein paar Wochen hin bis zum 9. Januar 2016. Für das 14. Hallenmasters in der Stadthalle Zwickau ist aber bereits jetzt alles vorbereitet. Wer bei dem Fußballspektakel dabei ist und wie das Rahmenprogramm aussieht, verriet Veranstalter Kraus Event vor ein paar Tagen bei einer Pressekonferenz. Wann immer Matthias Kraus, Geschäftsführer von Kraus Event, zum Pressegespräch bittet, dann werfen wohl große, kulturelle oder sportliche Ereignisse ihre Schatten voraus. Mit der Schlagzeile, das ZEV Hallenmasters ist zurück, informierte Matthias Kraus die Vertreter der Medien, dass am 9. Januar 2016 in der Stadthalle Zwickau das schon zur Tradition gewordene ZEV Hallenmasters stattfindet. Die Stadt Zwickau, der Hauptsponsor Zwickauer Energieversorgung, die Stadthalle und der FSV haben einen aktiven Turnier für diesen Tag ins Leben gerufen. Damit heißt es bereits zum 14. Mal, der Ball rollt unterm Hallendach. Mit dabei sind der Pokalverteidiger 1. FC Nürnberg, der 1. FC Lok Leipzig mit Sportchef Mario Basler, aus dem Vogtland kommt der VfB Auerbach, eine Westsachsen-Auswahl wird spielen, aus Thüringen, zum 1. Mal bei diesem Turnier dabei, der FC Carl Zeiss Jena und natürlich unser FSV Zwickau. Kraus Event hat ein exzellentes Rahmenprogramm zusammengestellt. Es gibt den 1. Firmencup der Stadt Zwickau mit dem Finale im Hauptturnier. Wir wollen Sie ein klein wenig einstimmen auf den 9. Januar 2016 mit Ausschnitten von vergangenen Turnieren. Mit Bildern, welche die ganze Bandbreite der Faszination Fußball ausmachen. Wir von Television Zwickau werden auch von diesem Turnier berichten. Also, wir sehen uns. Budenzauber in der Stadthalle am 9. Januar 2016. Bis dahin. Sebastian May zum 14. Mal findet im kommenden Januar ein Fußballturnier hier in der Stadthalle statt. Allerdings ein aktives Turnier. Und Sie werden als Aktiver dabei sein. Das ist doch bestimmt die Freude riesig groß, wenn man auch das Teilnehmerfeld sieht mit dem 1. FC Nürnberg, mit Lok Leipzig, mit Auerbach. Natürlich sind Sie da bei einer Westsachsen-Auswahl. Das ist ja irgendwie eine ganz tolle Sache. Ja, absolut. Also, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich hoffe natürlich, dass der Ziege mich da mit reinnimmt. Ich denke es aber schon, weil ich denke ich mal letztes Jahr auch ganz gut war. Ja, klar. Es lockt hoffentlich auch viele Fans an von allen Lagern. Und ich denke natürlich auch sehr viele Zwickauer, weil es ist ja perfekt. Man fällt aus dem Wohnzimmer raus und ist quasi schon da. Das denke ich mal sehr, sehr attraktiv auch für die Zuschauer. Jürgen Flemming, in Ihrem Haus haben sich schon viele Hochkaräter die Klinke in die Hand gegeben. Nicht nur aus dem Bereich Kultur und Artistik und Tanz und Gesang, was weiß ich noch, vieles auch mehr. Aber auch viele Sportlerinnen und Sportler sind schon aus- und eingegangen. Aber dennoch, das kommende Turnier, was den Fußball hier betrifft, im Januar wird ein ganz besonderes sein. Auch in Ihren Augen? Ja, wir freuen uns, denn wir hatten ja in diesem Jahr kein aktiven Turnier. Wir hatten ein Oldturnier Anfang des Jahres. Und im nächsten Jahr schließen wir eigentlich wieder an einer Tradition, die in den 2000er Jahren begann und dann über die Jahrtausendwende weitergegangen ist. Bis 2013 das aktive Turnier. Dann hatten wir ein neues Turnier. Und ab 2016 soll es wieder regelmäßig, so hoffe ich ganz einfach, einen aktiven Turnier geben. Natürlich mit dem Lokal Matador, dem FSV. Und ich wünsche natürlich den FSV auch persönlich für das Turnier. Ich sage mal, alles, alles Gute. Aber noch wichtiger, denke ich mal, für alle ist, dass man sich gut platziert in der Liga und möglichst den Aufstieg in die dritte Liga schafft. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass wir hier ein Turnier bekommen, mal in der Perspektive mit reinen Drittligamannschaften.